Low Energy von Heidelberg. Dieses Verfahren eröffnet neue Wege und Möglichkeiten im bekannten Offset-Druck. Das System ist in allen Formatklassen erhältlich, von der Speedmaster SX52 bis zur XL106 und sogar im Grossformat. Low Energy bedeutet, mit weniger Energie hochreaktive LE-UV-Farben mit eisendotierten Lampen zu trocknen, ohne dabei Ozon freizusetzen. Mit Low Energy können bis zu 75% Energiekosten eingespart werden. Für die Produktion mit LE-UV muss die Maschine für den Standard-UV-Druck vorbereitet bzw. ausgestattet sein. Um mit LE-UV die PSO-Richtlinien zu erreichen, sind veränderte Einstellungen in der Druckvorstufe vorzunehmen. Abgestimmte Verbrauchsmaterialien sowie Anpassungen der Räumlichkeiten tragen zu einem sicheren Produktionsumfeld bei. Unabhängig von den Bedruckstoffen wird die Farbe sofort ausgehärtet. Die Bogen kommen trocken in die Auslage. Der Bestäubungspuder in der Auslage kann entsprechend reduziert oder es kann ganz darauf verzichtet werden. Nicht gestrichene Materialien, Offset-Papiere, Kreativpapiere, die normalerweise lange Trocknungszeiten beanspruchen, kommen trocken in die Auslage. Zusätzliche Möglichkeiten schafft ein Lackierwerk. Drucksachenveredelung, mit höchsten Glanzergebnissen. Das Spektrum der Anwendungen wird enorm erweitert. Matt-Glanzeffekte, Drip-Off-Effekte oder auch vollflächige Lackierungen als Ersatz einer Laminierfolie zum Beispiel. Es ergeben sich viele Möglichkeiten der Inline- oder Offline-Verarbeitung mit dem Vorteil der Wertschöpfung im eigenen Hause. Zur Verfügung stehen nicht nur sämtliche Sonderfarben wie Metallikfarben, sondern auch Deckweiss. Mattlacke werden auf kreativen Materialien, auf Plastik oder allgemein auf nicht saugfähigen Materialien zum Alltag. Die Möglichkeiten im Offset mit Low Energy von Heidelberg sind wirtschaftlich und ökologisch zugleich. Lassen Sie sich von Heidelberg beraten, welches Verfahren für Sie und Ihre Zukunft das Beste ist. Gehen wir gemeinsam der kreativen, haptischen Welt der Printkommunikation entgegen. �licz creditkommunikation entgegenüberset Vielen Dank.